Was kann man gegen das Alter tun? Ich frage mich vielmehr, was kann man für das Alter tun? Vorsorgen, eh klar. Aber wie? Die Geigen hierher bitte, die Geigen! Strom, wo ist Strom? Da gibt es eigentlich kein Patentrezept. Jeder sorgt anders vor. Jeder so, wie es am besten passt. Und wo es passt, das war es am besten, mein Berater. Wenn es um Vorsorge geht, ist nur eine Bank meine Bank. Weifeisen, meine Bank.